Es stürmt. Der Wind rüttelt an Fenstern und Türen. Ein einsames Paar in seinem Haus, wortlos. Teresa, 30, ans Heim gefesselt, Panikattacken. Ich will Kinder. Martin, 35, im Beruf erfolgreich, hat alles im Griff. Wir haben uns, Teresa. Eben. Nur uns. Ich verachte dich. Vorwürfe. Eine Ehe in der Krise. Du willst mich verlassen? Niemals. Unheimliche Erinnerungen. Wünsche fallen ins Haus. Angst. Was willst du hier? Nichts. Die Angst schweißt sie zusammen. Es geht um Liebe. Immer nur um Liebe. Wir sind alle Opfer. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Aber da ist Hoffnung. Ich möchte Gott kennenlernen. Gibt es einen Sinn für mein Leben? Das Chaos ist schuld. Eine Frau zwischen Verzweiflung und Illusion. Fakt ist ein Todesfall, in dem die Polizei ermittelt und die Presse eine Sensation vermutet. Szenen einer Ehe zwischen Anziehung, Gleichgültigkeit und Verachtung. Viel Wind. Ein Drama von Walter Blom. Mystisch, grotesk und absolut wahr. Uraufführung im Mobilentheater Bielefeld. Am Freitag, den 11. Februar 2011, um 20 Uhr. Am Freitag, den 11. Februar 2011, um 20 Uhr. Am Freitag, den 11. Februar 2011, um 20 Uhr.